Ich habe das Spiel selbst Lines gemacht und ihr Plugs. Na ja, wir versuchen einfach jetzt an Ausrüstung zu kommen und dann versuchen wir uns zu treffen. Ja. So, hier habe ich auf jeden Fall schon mal was zum Aufsammeln. Rucksack und so habe ich. Du musst dann nur noch was finden, was ich da reinfüllen kann. Okay. Das ist aber die Limousin-Vision sehe ich gerade. Oh, hier ist gar nichts gespawnt. Wo fährt der denn hin, der Typ? Der fährt Richtung Osten, ist das gut? Keine Ahnung. Muss ich gleich nachgucken. Der fährt Richtung Wasser. Warum? Oh, Müll! Wo will der hin? Das ist schon mal was zum Heilen. Wo will der hin? Das gescheites Visier habe ich gefunden. Okay. Aber sonst, oh Käse. Hast du bei Murphy gelandet oder was? Ah, ne ne, ich bin weiter außerhalb. Hier so ein paar Häuser stehen hier rum. Stand, stand, stand. Please stand. Oh, ich habe den goldenen Gewollmer wieder. Thank you. Wow. Wo bist du? Kann ich abholen? Ähm. Ja, immer noch in den selben Koordinaten. Ich stauf gerade jemand hinterher. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Ja, finde ich. Der darf mir nicht den Loot klauen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich werde beschlossen mit M4. Ren, nicht sterben. Ich versuch's. Ich versuch dann jetzt zu umlaufen. Er sieht mich nämlich jetzt nicht, wenn ich jetzt ums Haus rumlaufe. Äh. Gleich da. Alter, ich glaube der war am Airfield mit irgendeinem Bullshit. Weiß nicht, wo der sonst die M4 hört. Kein Glückster im Haus gefunden. So ein Gammelhaus. 085 warst du, ne? Irgendwas was? Äh, oben 085, links 208. Äh. So ein Gebiet von Häusern. Äh, ganz oben links stehen nochmal die richtigen Koordinaten. Weißt du, was ich mein? Äh, 085 208. Okay. 085 208. Äh. Du wüsstest mich hören eigentlich? Ähm, ne, ich höre grad nichts. Ich hört ja immer noch drauf, dass der M4-Typ hier irgendwie um die Häuser... Der holt die Waffe grad nicht raus. Ich, ich, ich höre die... 4. Pack das Quad, ist kaputt. Ich hab' ihn. Wuh! 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 Ja, öh. Erstmal arm arm rumbacken. Will die Waffe nicht rausholen. Alles cool. Hehe. 085... Bin ich jetzt... 2... Äh... 2.5 hast du gesagt, ne? Warte, ich... Geh sofort gleich los. Musst du nur ganz kurz mich... ...sortieren. Gut. Ich hab' hier für deine Nähe. Bin hier so bei... Beim Haus, weiß ich nicht. Ne, hier stehen so mehr so Häuser. Da ist so... So eingezäunt mit so ner Hol... Mit so ner Steinmauer. Richtig? Äh... Warte, ich guck jetzt. So ne Steinmauer, ja, ist es? Ja, ja. Ich komm zur Straße. Bist du auf der Straße? Äh... Moment. Ja, bin ich. Okay, ich komm zur Straße. Ich hab' leider nicht... Habe leider nicht... Hat er ne Pistole gehabt, äh... Zum mitnehmen oder so? Ich hatte ne Uzi, die hab' ich eingepackt. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür auch Munition habe. Okay. Die M4 ist leider auch halb leer. Ähm... Warte, hier vorne seh' ich dich nicht am Eingang. Bin... Beim Haus da. Warte, stehst du in ner Garage? Ne, ne? Nein, nein. Hier ist so ein kaputtes Auto. Ne, warte, hier läuft jemand rum. Leute, mich hat irgendwas getroffen. Boom, tot. Scheiße. Ne, ich bin fertig, ja, ich will looten. Ich bräuchte noch ne große Waffe. Hast du eine über? Ja, ja, ja. Komm dann zu dir. Boah, ich werd doch langsam gebombt, ne? Wirklich, das ist jetzt bei mir. Ich hab nen M4 Schalldämpfer. Hab ich auch. Ist er nicht. Oder, heißt er, äh... Wow, fuck. Also, das Problem ist, ich kann dir nicht meine M4 Munition geben. Okay. Aber die M4 Waffe kann ich dir geben. Hast du Munition für die gefunden? Ja. Okay. Das ist 5,65, äh, 5, Bist du das hier direkt vor mir an so einem Müllhaufen? Äh, ja. Okay. Na hier. Wo eh? Ja, ich bin neben dir. So, ich hab's nicht gesehen. Ja, das ist, das... Das Ziel der Position. Komm erst mal mit irgendwie in ein Haus. So, wir müssen mal die Stadt so ein bisschen beobachten. Wenn du willst. Ne, Militärstützpunkt, keine Ahnung. Hier steht der Lämpfer drauf, ja. Oder? Leg dich mir hin. Ja, auf jeden Fall leg dich mir hin. Ich geh nicht mehr. Er ist... Irgendwo hinterm Haus oder so. Ist er aber. Oh, jetzt ist der fucking Kompass da. Geh weg Kompass. An. Den ist Maus. Ach da. Ja, er ist weg. Ist er da drin? Ja. Da ist hinten raus. Warte. Hab ihn. Ja. Nice. Gute Augen. Ja. Jetzt sollte man, denke ich, die Position wechseln. Auch wenn man Schalldefin nicht hört. Aber kann ja Kollegen haben, der Typ. Das Problem ist, glaube ich, eher die Tracerschüsse. Ach du hattest Tracer? Äh, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe keine Nicht-Tracer-Munition. Drück mal F, dann siehst du's. Ähm. Steht nur... Steht nichts dran. Dann hast du keine Tracer. Okay. Pass auf, dass du nicht auf Einzelschuss hast jetzt. Nene, ich... Das ist das Einzige, was ich in Arma irgendwie so alle 5 Minuten durchchecke. Haha. Mann, ich habe da echt so Paranoia bekommen, ey. Wenn du irgendwie mal so zwei Battles hast, wo du dann... Oh, fuck. Und dann in diesem Singleschuss erhängst. Weil wieder irgendwas... Weil du irgendwas aufgenommen hast oder die Waffe kurz gewechselt hast, ey. Der switcht halt einfach völlig random da teilweise rein. Ja, das ist zu kotzen eigentlich, dass das nicht bleibt. Sicher, dass er hier auf dem Jügel hoch ist? Weil er ist unten nicht. Ah, da unten ist jemand gestorben. Ich sehe den Toten. Er muss von oben geschossen haben. Muss ja. Hundertprozentig. Er könnte auch unten an der Tankstelle dann was sein, ne? Auf der anderen Seite in der Kohle. Roten Schüsse kamen von oben, welche? Die Map ist updated. Oh Gott, jetzt bin ich glaube ich nicht mehr drin. Was bin ich? 0, 3, 2... 5, 5... Doch, doch, ich bin genau genau gerade so drinnen. Oder? Nein. Ah, fuck, so ein paar Meter fehlen mir. Guck mal, ob ich jetzt hier eine Position finde, wo ich mich hier irgendwie reinlegen kann. Ansonsten wird das jetzt nämlich ungemütlich. Ja. Was hab ich eigentlich mal gesehen? Ah, was war das? Ich hab nur so Pixel gesehen. Ich glaub bei der Tankstelle. Da ist überall keine Deckung, wo ich hin will. Bei mir ist Mini-Deckung, ja. Der Sniper wäre jetzt eigentlich nicht so toll. Als Gegner. Oh, der ist super offen, ich glaub ich geh drauf. Wo? Auf mich wird geschossen. Bist du von wo? Weiß nicht. Oh, von, von... Ah! Hab ihn, hab ihn, hab ihn, boah. Hab ihn noch. Bin fast gestorben. War er direkt vor mir. Oder warst du das? Nein, 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 nein. Keine Sorge. Boah, ich dachte ich hätte fast den Fall hier abgeschossen gerade. Scheiße, ey. Ja, ich hatte... Nicht mal... Weiß es nicht. Ich hatte Mini mal Leben. Ja, ich bin noch ziemlich weit oben. Ja, der war auch ziemlich weit oben. Ähm, viel weiter weg von dir bin ich, aber... Ähm, noch relativ am Rand. Ich versuch grad die ganze Zeit rüber zu gucken auf die andere Seite von dem Hang. Ja, theoretisch müssten die da irgendwo runter kommen oder irgendwo auf dem Hang rumgammeln. Okay. Musst du mich erst mal um 180 Grad drehen, um den zu sehen. Oh. Oh, der hat auch ne M4. Galt einfach. Wir sind irgendwo Schüsse eingeschlagen. Ich weiß noch nicht, ob das bei mir war. Guck nicht. Was auch... Kannst du dich heilen? Hast du was zum Heilen? Ja, ja, ja. Gerade so noch. Hab ich nicht gesehen. War abgelenkt. Ich kann mich aber glaub ich keinmal mehr heilen dann. Ich war nur Mitte entfernt. Oh fuck. Einmal kann ich mich nur heilen. Ich bin gleich auch tot. Ah, 120 Meter ist die Zone entfernt. Ah, ich bin tot so gut. Sag wie. Ja, kannst du vergessen, ich bin raus. Ja. Wolltest du da noch rum? Ja. Aus Fahnd noch. Immer noch du? Ja, ja. Noch lebe ich. Jetzt bin ich tot. Und wo hat der auf mich geschossen, der Penner, Mann. Kann sein, dass ich heute mega blind bin oder so. Jetzt haben wir offen für die andere Seite. Kannst du... Kannst du... Kannst du dabei akzeptieren? Kannst du das? Kannst du das? Was kann ich? Äh, ich hab dir nen Namenfrau geschickt. Geht das? Ne, ich seh nichts. Ähm. Ja, du könntest mir, wenn du Zeit hast, zum Zuschauen einladen drücken. Geht auch. Was an Steam? Ja, ja. Naja, das lag super rum. Weil er das andere Internet nimmt. Okay. Oh. Kannst du das bei Twitch einstellen oder was? OBS, ja. Okay. Ich muss mich jetzt gleich bewegen. Dabei werde ich hundertprozentig sterben, weil ich immer noch nicht ausgemacht hab, von wo der auf mich geschossen hat. Und irgendwo von vorne. Naja, scheiß. Ich war nicht in der Zone. Ich komme kurz was zu essen. Hab ich noch was zum Heinen? Nein. Ich brachte hier. Ich holeiß. Ich brauche es mir gerne. Verwärte ich das Ende. Ich brauche es zu essen. Ich mache noch nicht mehr mit. Du kannst den innen. Da haben wir ihn ja. Oh nein, das ist. Ist er in dem Buschkrat stehen geblieben? Ja, GTF. Ich hoffe, das war der, der mich beschossen hat. Ansonsten bin ich jetzt gefickt. Weil ich jetzt noch nicht mal beschossen wurde, alles cool. Aber ich laufe bestimmt jetzt irgendjemand voll in die Arme. Move! Boah ey, diese Scheiß-Einblendungen waren so kurz, kein Wunder, dass ich jetzt auf einmal Damage gekriegt habe. Wenn ich daran jetzt sterbe, wundertwo, den einen habe ich geholt, den mich beschossen hat, aber diese Einblendungen waren so super abgehakt, jetzt habe ich nicht gesehen, dass ich mich bewegen muss. Jetzt kriege ich gerade Damage und sterbe wahrscheinlich jetzt so einen Zentimeter vor der Zone. Los. Ja, bin ich. Alter, diese...